Was ist unser Studiumkonzept? Unser Studiumkonzept möchte unter anderem eines leisten. Es möchte Sie fit machen für die Praxis. Es möchte Ihnen helfen, die PS auf die Straße zu bekommen. Es möchte auch schaffen, dass Sie wissenschaftlich reflektiert bewusste Entscheidungen treffen können, die Ihre Organisation Schritt für Schritt voranbringen können. Das lernen Sie sehr praxisorientiert in unserem Studium. Das nennt man sich nach Schildern-Kartner oder unterbreiteten Sie zu,